Also, wir sind jetzt im Zug Richtung Mainz und ich habe festgestellt, es sind tatsächlich schon maskierte Menschen unterwegs. Nein, du hast es so gesagt. Das sind schon verkleidete. Mein ganzes Herz und zeige dir, was mir gefällt. Lalalalalala. Ja, lalalala, genau. Muss einfach sein. So, wir sind in Mainz angekommen auf dem Schillerplatz. Helau. Und du hast mittlerweile schon was gekauft? Ein Schwellköpfchen. Ein Schwellköpfchen. Das hat ja keinen Sinn. Das macht nichts. Es macht keinen Laub. Es ist ein Erkennungszeichen, dass ich hier voll dazugehöre und voll dabei bin. Mein Selau. So ungefähr. Hallo. Au. Am Rosenmontag bin ich geboren. Ganz wichtig, sobald die Schunke werden, weit weg gehen, damit man nicht im Griff wartet. Ich glaube, ich trinke ja bald durch, wenn ich nicht irgendwie auch was trinke. Dann trink doch jetzt mal endlich. Helau. Helau. Ja. Ihr seid nicht alleine. Schön. Ich bin so glücklich. Ich werde die ganze Zeit bemoxt, weil ich als Norddeutscher mit Karneval nichts anfangen kann. Und wenn man nicht deshalb noch nicht verkleidet hat. Und endlich stört sich andere, die auch keinen Bock mehr brauchen. Ja, wir sind auf Arbeit. Wir müssen jetzt wieder zurück zur Arbeit. Aber ansonsten können wir die auch haben. Nach fünf, vier, drei, zwei, eins. Helau. Warum kommt man zur Versammlung? Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird hier alles nichts. Ich muss wohl zum Äußersten greifen. Der steht da so blöd rum. Die Bühne. Mensch, Thomas. Ja, Dina, was machst du da? Nein. Der Abend ist im Ernst. Das ist ernst zu sehen. Ja, die Alleweilersche. Ich habe einen gereist. Unser Norddeutscher. Der hat keinen Bock. Der kann nicht feiern. Der hat keinen Bock. Alles kein Problem. Pass auf. Also, gemeinsam haben wir bis jetzt die Endung bekommen. Wir kommen auch in Kiel herum. Das ist überhaupt kein Problem. Kostüm besorge ich. Jetzt hören wir nachher auf die Bühne. Und das Zwingling vor dem Publikum. Das Publikum Zwingling. Der muss ein Kostüm ansehen. Zei! Das ist Tierzeit. Keine comparedcić. Wir begrüßen ihn aus der Folge heute Morgen schon. Torsten hat keine Kostüm. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir was dagegen tun können hier auf dieser Bühne. So, Thorsten wünscht den Rest des Stars. Soll Thorsten Pinguin tragen! Wie findet ihr ihn? So! Du hast auch ein Schwänzchen! Pinguin Thorsten! Helau! 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 Es wird es jetzt! Helau! 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 Du gehst nach Gefügel 2 von der Bühne! Helau! 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 Helau!